einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren folge transport fieber 2 weiter geht unsere kleine weltherrschaftspläne oder so ähnlich wir gucken mal ganz kurz was hier los ist außer dass hier diese lokomotive viel zu langsam ist und wir kein geld haben geht es uns glaube ich scheinbar ganz gut warte mal irgendwie muss ich hier will wird der karte ein bisschen gerade irgendwie bin ich dann noch nicht okay ich glaube jetzt so ja wie man sieht nächster aufnahmetag klar war jetzt gerade ein bisschen komisch eingestellt muss ich sagen aber scheint ja jetzt wieder zu funktionieren so was macht unsere neue strecke hier oben die ist tatsächlich immer noch im plus ihm fehlt aber die neue lokomotive muss ich sagen und und ich frage noch und einen augenblick und ja ne passt gut also ihm fehlt die neue lokomotive die lokomotive kostet eben einen augenblick wir gucken mal ganz kurz rein ich glaube das war eine halbe million oder sowas und zwar dampflok die da hätte ich gerne und die dafür raus kostet ja fast gar nichts und zwar 620.000 naja kriegen wir bestimmt gleich hin irgendwann irgendwie und genau und das werden wir gleich mal versuchen so was gibt es noch neues unsere autos hier fahren immer noch unsere kutschen kann man hier im zwischen was neues oh ja ja wir haben dabei wirklich was neues alle güter ok können wir die eigentlich upgraden ich frage hier für einen freund oder so moment upgraden linie 1 was passiert denn wenn ich jetzt okay warte mal gewährte klonen nie ersetze fahrzeug mit dem da oh äh 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 also für ein für einen mehr doch für einen mehr und dass die emissionen ein bisschen runter gehen finde ich das aber schon sehr teuer ok dann dürfen sie weiter fahren dann dürfen sie weiter fahren so wir kommen langsam dahin wo ich hin möchte was eigentlich mit unserem gewinnbringenden zug der steht da noch den drehen wir jetzt mal und dann dabei nämlich nur eine runde fahren so und dann haben wir nämlich hoffentlich genug kohle für das ganze um den letzten zukehren und zwar hier glaube ich war es ja hier fahrzeug details können schon mal reingehen und dann dürfte man ihn auch gleich upgraden können was denn jetzt passiert das wollte ich doch gar nicht details fahrzeug fahrzeug details was passiert hier ok ich bin doof gewesen alles gut darf ich auch manchmal ich stopp mal oh oh moment sind das jetzt zwölf eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun elf zwölf ja passt komm wir fehlen wir fehlen 200 300.000 okay die warten wir ich hoffe wir machen jetzt nicht wir haben jetzt gleich monatsende ok es ist schon vorbei es ist schon wieder alles vorbei es ist schon wieder alles vorbei schade ich habe gehofft dass wir durch kommen irgendwie wo wo vielleicht doch ok ja also ich würde sagen wir warten auf die 1,3 hier wir kaufen sofort ok und dann haben wir nämlich jetzt zwölf mal zwölf also zwölf 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 und damit dürfte das hier jetzt pari sein würde ich jetzt einfach mal behaupten weil er hat nämlich nicht volle ladung tatsächlich er transportiert jetzt versand wirklich 400 jetzt dürfen wir nämlich gleich anfangen dass hier die züge kurz stehen bleiben müssen und er machen wir nämlich jetzt als versand fertig und zwar wir müssen das euro eine von beiden đã hoch verschippern stellt er dann wie nimmt 100 ok er nimmt nur hundert ich finde er nimmt auch nur 100 dies geht ja gut dann schlerweilelandpen wir hatten hoch und gucken wir mal was er dazu sagt so heißt also inner konfigurieren wir hätten gerne eine neue plattform und zwar für die wir machen keine mehr hin und dann sagen wir ihm so fahr doch bitte so schmeidig wie du nur kannst da so rum dann müssen wir nämlich hin so und dann fahren wir weiter so hier werden wir das jetzt ganz genauso wieder machen wie unten bedeutet wir werden jetzt erstmal eine strecke nur ziehen dann werden wir den zug einmal fahren lassen und wenn der das erste mal sagt friede freue eierkuchen dann werden wir erweitern wie gesagt ich hätte das genauso wie ich das jetzt mache eigentlich viel früher machen müssen aber naja egal ich bin halt manchmal ein bis genehm wie soll ich das beschreiben nicht auf der höhe wir haben gerade kein geld aber das ist egal jetzt sieht man oben rechts die warten jetzt das erste mal auf auf öl aber das ist fein also für mich ist das fein lieber sonst da oben ein bisschen warten und wir machen immer volles geld wir könnten vielleicht zwei drei wagons abhängen dass wir da pari sind das könnte sogar bringen wenn ich da jeweils zwei wagons abmache also zwei zwei wagons könnten wir das tatsächlich wirklich machen müssen wir gleich mal überlegen müssten wir gleich mal überlegen die 200 und noch was möchte ich gerne noch was kostet dieses gebäude hier eigentlich unterhalt scheinbar nein okay und zwar ich würde gerne mal was testen hier sind wir jetzt wieder 20 okay warte mal fahrzeugverwaltung beide klonen ändern ich würde einfach mal beiden weil die kosten ja auch unterhalt die kosten im jahr 34 wenn jetzt beiden einfach mal jeweils einen wegnehmen würde könnte es sein dass es ein bisschen besser läuft die machen jetzt damit die passt jetzt passt hier nur noch 77 rein er produziert ich weiß gar nicht wie viel er produziert pro monat aber wir 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 tasten uns dran wir tasten uns einfach dran so wo wir uns noch dran tasten ist das gebäude hier ähm wir haben hier die hinstrecke dann machen wir hier die gegenstrecke hin machen wir das leist dran ups so fahrzeug ähm eine dampflonk dann machen wir hier cargo und zwar die volle breite wir gucken mal was es kostet drei millionen nehmen wir an irgendwie sowas bleib ich bin grad verwirrt ich bin grad verwirrt aber ich bin gerne verwirrt und ich bin öfters verwirrt aber ich bin jetzt gerade richtig verwirrt warte mal wie lange ist denn unser unser standard der ist 160 meter lang 160 meter lang warte mal könnte ich dann wirklich 160 meter ok das ist einer zu viel also das wären vier millionen öcken ich bin grad ein bisschen verwirrt na egal gut ähm wir lassen diese verwirrtheit mal wieder verwirrt sein und wir planen also die strecke von hier binne nach dort wir warten hier natürlich volle lang auf volle ladung und dann bräuchten wir mehrere fahrzeuge sind in einem sehr schlechten zustand straßen können sie mit der umrüstung geändert werden ja ist mir egal lass mich in ruhe äh so was ist das denn hier nee so was brauchen wir nicht so was brauchen wir nicht so steht der zug jetzt eigentlich noch lange hier nein ich glaube nicht oder nee er sieht auch gut aus das sieht gut aus ok wir haben jetzt 1,7 warte mal ist der zug gefahren oder was oh ja der zug ist gefahren der jude zug ist gefahren der richtig jude das gibt einfach mal eine halbe million äh ein bisschen mehr als eine halbe million das warte mal dann könnten wir doch eigentlich moment was kostet die was kostet die die dampflok hier 1, warte mal dann könnten wir doch noch einen cargo zwei cargo zwei cargo dran hämmern und dann die linie 9 befüllen ey ok noch einmal entschuldigung mein fehler cargo 1,2 kaufen das linie 9 zuweisen wir haben zwar jetzt nur ein paar sachen gleich da aber das ist egal weil die wollen das zeug ja loswerden er hat jetzt zwar nur 14 ich glaube damit machen wir noch nicht mal gewinnen aber ey shit happens was passiert eigentlich wenn ich den ok wir lassen ihn jetzt nach oben düsen ich bin noch ein bisschen verwirrt über diese zahlen hier bin ich ganz ehrlich es ist doch glaube ich zu lange her warte mal gewährte fahrzeug er hat jetzt einen guten wert bedeutet gut ok das wird dann wohl die höchstgeschwindigkeit sein ok das verstehe ich aber nicht der wird ja niemals langsamer ok dieser wert lügt dieser wert lügt ganz klar ok ich bin gespannt was da jetzt rauskommt ich bin wirklich gespannt hallo und er kann ja nochmal upgraden also von daher alles prima also ne also da bin ich mir jetzt voll alles voll bewusst 190.000 190.000 wären 9,18 ne ja ein bisschen mehr 195 pro 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 Ture für zwei Waggons also 95 pro Waggon so rum hört sich besser an ähm gewährt Änderungen wir packen da mal 1,2 komm schon also wirklich also komm äh jetzt aber traurig ne ok kriegen wir da rein ne ne bevor er da ist kriegen wir da nochmal 200.000 zusammen ich glaube nein oder fährt gerade über die Brücke fährt gerade über die Brücke ding 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 also diese Musik da passt da wirklich richtig gut zu muss ich mal sagen ok er ist fast er ist fast da ok jetzt haben wir gerade sogar so ein Minus gemacht wir haben wieder ein Jahresende Jahresende Monatsende gehabt und Jahresende haben wir auch jetzt gleich also schade ok so kann ich was kann ich denn jetzt hier noch eigentlich alles so dran bauen was ist das kleines Hauptgebäude mit Straßenzugang für Güterbahnhof bietet 20 ok 10 mittelgroßer Bahnhof mit Straßen mit Straße mit Straße mhm Plattform ok 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 er fährt jetzt mit den 28 da hoch und das bedeutet wir müssten da jetzt gleich auch Gewinn machen und jetzt ist die Frage was machen wir jetzt damit ich könnte auch da wieder ich glaube wir machen das sogar oder ich bin gerade wieder am überlegen wie wir es machen fahren wir jetzt wirklich mit dem Zug dorthin ich weiß nicht ob das Sinn macht aber ich denke schon oder der braucht 49 was passiert denn wenn ich jetzt hier einen Zug reinhämmer wer ist davon alles glücklich ok erstmal alle das ist doch schon mal fein ähm was passiert wenn ich jetzt hier hin mache ok ok da sind nämlich also alle fein mit dann bleiben wir doch hier oben oder ok was passiert hier also da ist ein Busbahnhof tatsächlich also so ein Lkw Transmitter hier in der Mitte eigentlich irgendwie schöner glaube ich oder wenn ich jetzt hier nämlich gucke wenn ich jetzt hier nämlich gucke äh Lkw oh ne der hat eine hat der eine kleine Range oder nicht ich muss mal ganz kurz was gucken hat der eine kleinere Range ne eigentlich nicht ne wenn ich das jetzt hier reinhämmer hat der sogar eine höhere Range weil der halt mittendrin ist ne vier Gebäude werden entfernt vier wie kommst du denn auf vier mein Freund ne Millionen ey wir haben doch auch einen Sockenschuss da genau sowas finde ich gut Kollision ja dann mach die Kollision da weg Krümmung zu hart du bist doch ein Arsch Entschuldigung Ausdrucksweise ich weiß ey dann baue ich jetzt wirklich so ey ganz ehrlich da ist es mir aber da ist es mir aber dann zu schade ok ähm mit den Lkws das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden ich bin ehrlich also nochmal wenn ich jetzt hier nicht strecken wir bauen jetzt erstmal die Linie lass die alle mal fahren da so nach hier ok wir versuchen uns das jetzt nochmal an also er fährt hier rein ok bei einer Linie ist es ja scheißegal ne aber wäre das dann nicht sinniger wenn ich sowas baue und das da reißen wir einfach mal ab so warte mal was passiert jetzt das ist das ist belastend dann lassen wir das doch mal bauen wir das doch mal bauen wir das einfach wieder dahin hat keiner gesehen dass wir hier rum gespielt haben aber das ist ja kompletter Bullshit warte mal er beziehend aber hä aber warum kann er denn nicht keine Fragen ich habe keine Fragen mehr ich habe einfach keine Fragen mehr so das bauen wir hier hin das ist für mich grad nicht greifbar so was ist der Unterschied zwischen dem und dem es gibt keinen außer dass der mehr kann also machen wir hier 5 Stück 5 5 Stück diese da für die Linie 10 achso stopp Linie 10 bitte auch hier wieder wir machen bis wir voll sind und wir warten Ultimo so okay dann hoppala das kann wieder weg weil warum sollten wir leer fahren okay er steht jetzt tatsächlich auch ein bisschen hier rum aber nur weil er auf der nächsten Tour werden wir ihn erweitern und dann sollten wir mal gucken was wir machen mit Anlieferung also wir sind jetzt beim Versand der Versand ist halt scheiße der Transport ist auch scheiße hier ist alles scheiße und hier ist es Transport 35% Versand 100 okay wie sieht es hier aus müssen wir hier eigentlich noch warten scheint nicht so ne also wenn du minimalst also deswegen ich würde sagen die da sind richtig gut eingestellt was machen die denn jetzt die machen 500.000 gewinnen okay du bist jetzt der nächste mein Freund dich erweitern wir nochmal und zwar das da und dann machen wir das da okay okay einer will länger so beauty so und somit dürften die jetzt hier eigentlich anfangen hoffe ich doch ich wollte schon sagen also ich wollte jetzt gerade wirklich schon sagen so hey was ist denn los hier aber wir fangen jetzt an ist erstmal nur eine kleine Produktion ja aber shit happens okay wie viel nimmt der jetzt mit eigentlich 77 oder was auch ne ja 77 müssten es sein okay ja das bedeutet er hier fährt jetzt auch gleich voll und somit sind wir damit ganz gut beisammen würde ich sagen klack 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 alles ist leer wir hätten sogar noch eine komplette ladung da ich sage bis hierhin vielen vielen dank fürs einschalten und vielen vielen dank fürs zusehen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder und dann schauen wir mal was der komplette zug da bringt ja vielen vielen dank und ciao ciao